Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Overlord und ich hab gedacht, für den Bierkessel sollte man vielleicht in die Brauerei gehen. Manchmal ist man echt wie vernagelt. Und die Zwerge sind ja hier alle huckefull. Und wie meinen denn? Die vertragen natürlich auch recht viel. Aber was können meine Jungs? Sie pimpten mit Bier. Alles kein Thema. Wir gucken uns hier wirklich mal komplett um. Wir gucken schon mal, wo der Bierkessel sein soll. Aber den finden wir. Ich hab auch immer gedacht, ich hätte schon... ... alles abgegrast, aber... ... naja, dem ist wohl nicht so. Holz drauf, Jungs! Ja, wir haben übrigens die Blauen auch schon mal irgendwie magische Geschosse verballern sehen, aber das machen sie irgendwie äußerst selten. Zu mir in der Arena ist mir das aufgefallen, wo ich gegrindet hab. Aber irgendwie wollen sie jetzt grad nicht. Wo könnte er sein? Ich mein, wir haben eigentlich alles geöffnet. Hier könnt ihr euch noch mehr bedienen, Jungs. Haut rein! Boah! Alle Hacke! Viel gut! Da haben wir noch was zum wegholen. Ah! Ha, 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 ha. Nicht mal einen verloren. Weil sie besuchen sind. Da halten die mehr aus. Sonst ist es ja die Jungs. Aber ich glaube, das war doch ein Raum, den Hammer schon mal geplündert. Dann gehen wir mal weiter. Irgendwo muss es das Vergebnis. Kann ja gar nie anders sein. Das wollte ich nicht. Was ist das hier? Zeig es mir mal an, bitte. Na, naja, zur Not gehen wir zurück. Das ist egal. Hier sind wir aber mal komplett falsch. Da geht es wieder raus. Das wollen wir nicht. Auf keinsten, Leute. Auf keinsten. Da sind wir, glaube ich, jetzt hergegeben. Ja. Da sind wir hergekommen. Aber wir suchen uns doch mal da unten. Ich habe zwar das Gefühl, ich laufe im Kreis, aber naja. Jungs, ihr habt keine Schnitte. Aber null. Da ist der Eingang. Von der Brauerei. Und Minitolsch. Ja. Wo ist das zum Donner drum? Also manchmal wäre bei dem Spiel echt eine Karte nicht schlecht. Vielleicht muss ich auch noch mal zu diesen blöden Schnecken runter. Ich habe keinen Schimmer. Ich weiß es nicht. Oder hier hinten ist noch irgendwas. Nee, hier ist nix mehr. Verdammte Axt. Aber wieso ist da nichts mit mir? Ich hoffe mal, der hat jetzt irgendwas bewirkt. Ist hier drin vielleicht irgendwas passiert? Nee, ist es nicht. Und warum mache ich aber immer bloß noch 43? Was soll das? Sind hier zwei desertiert? Frechheit. Ich muss auch gestehen, es ist... Ah, ich bin unübersichtlich hier. Nee, da waren wir jetzt definitiv schon mehrmals drin. Hier möchte ich meinen Mama Arschhörer. Ist ja schön, dass ihr so tapfert seid und vorstürmend. Nee, so immer mal ein Einzelner. Aber sie macht nichts nett, Leute. Boah, ich wäre bekloppt. Ich finde das scheiß... Sie sind scheiß Bierkästle nett. Alter, stocken wir mal auf. Ah, das habe ich ja alles soweit schon gekliert. Also, das ist nicht das Thema. Hm. Gucken wir doch nochmal hier rein. Das muss ja irgendwo weitergehen. Nee, hier waren wir auch schon. Das haben wir schon verschoben. Ja, dass wir ja gleich nochmal plündern können, finde ich ein bisschen seltsam. Dann machen wir mal... Das ist mir echt... ...echt gucken, wenn er so weitergeht. Irgendwann let's play. Ob ich das finde. So, wer ist schon mal der beim Startbereich hier? Ich raff das nicht. Das ist das Zentrum der Mauerreihe. Ach du Scheiße. Links und rechts alles füllen mit Zwergen. Wie finden wir das denn? Enttäusch kommt ihr da rüber? Bestimmt, oder? Nee, nee, das war schon... Das war... Das war... Absolut akzeptabel, Jungs. Macht den erstmal voll... Oh nein, hinten. So. Nein, wir haben es nicht geschafft. Sie, ich jetzt sind zu eng. Blöde Position. Ist das besser? Verdammt. Nehmen Sie etwas, was ich vorhabe. Ich nehme sie mal alle mit rein. Die heile, alle! Können die blauen vielleicht eventuell ein bisschen heilen. Und einfach wieder zurück, Jungs. Muss ja die da oben nicht unbedingt kalt machen. Muss ja nicht sein. Irgendwann das können wir auf der anderen Seite irgendwie auch noch machen. Jo, das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. So, ich stelle mal die Kamera um. Ich sehe jetzt nicht, ob der Hebel schon gehebelt hat. Scheint so. Nicht so wild. Wow, 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 wow. Das ist schon eher... Nicht nett. Nicht nett. Ich ein paar abkriege, ist nie so schlimm. Meine Jungs sollen... Da bin ich jetzt doch ein bisschen rücksichtsvoller. Stocken wir auch, wenn es die sind, die ich jetzt zur Zeit nicht so brauche. Ich hoffe mal, da hinten ist jetzt das Toraufgang. Jawoll. Prima. Läuft da gar nicht so scheiße. Aber ich denke mal, wir kriegen jetzt Stunk. Und sie grabschen mit ihren betrunkenen Pfoten all meine Sachen an. Jep. Vielleicht nicht nur das. Ach du Scheiße. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Verdammt. Das war jetzt scheiße. Das war jetzt echt Mist. Das wollte ich nicht. Och nö, nie noch mal. Das geht jetzt schnell. Und zwar jetzt bloß Braune zur Verfügung. Nein, jöt. Das müsste auch gehen. Aber jetzt ein bisschen Verluste. Aber mei. Alle zu mir. Bis jetzt hat noch keiner was abbekommen. Das ist gut. Keiner musste jetzt aus der Reihe tanzen. Nie so wild. Die grind ich mir wieder. So. Jetzt wird es ein bisschen kniffliger für die Jungs. Kann sein, da gibt es Verluste, Leute. Aber eigentlich muss ich ja gar nicht. Man muss den Hebel da umlegen. So. Was ist das eigentlich Pille? So. Dann kommt er wieder zurück. Muss mich ja nicht mit denen anlegen. So. Dann kommt er wieder zurück. Gegen noch, noch, gegen wo noch. Besser könnte er Verhorn vielleicht finden. Jawohl. Jetzt könnte er Spaß haben, Jungs. So. So. Stürmen, Jungs. Ihr könnt das jetzt ruhig mal machen. Gut, ich mache ein bisschen mit. So. Wer wird uns mal sehen, ob das ihre Aufmerksamkeit erregt hat. Hier haben wir Bierkessel gefunden. Ich freue mich, Polakips. Mal gucken, wer der rumsteht. Ob man den sehen kann. Dann heißt es halt irgendwann mal in der nächsten Folge. Diese Quest mit der Muttergöttin endlich fertig machen. Also was ist das zu sagen? Hallo. Du gehst mir auf den Sack. Wo ist denn der Bierkessel jetzt abgeblieben? Äh. Vielleicht in der Schergengrube? Was hieß ja? Der stärkt ja die Kraft der Schergen dauerhaft. Sollten die das da vielleicht auch positioniert haben irgendwo, der Dink. Äh. Ne. Hier sind nur die Nester zu sehen. Oder? Warte mal hier. Ähm. Da unser Sarg. Wie sie uns wieder zusammengeschraubt haben, fand ich schon geil. Erster Part. Lang, lang ist es her. Ist das Nesteroten da einfach nur? Tjo. Ne, so plötzlich Nester. Ich hab gedacht, dass dann das Fass hier irgendwo noch mit rumsteht. Aber, ne. Na gut. Das soll's dann gewesen sein. Ich kümmere mich dann im nächsten Part mal drum, dass die nächste Quest weitergeht. Mal. Kiegen, ne. Ihr haut da rein derweil. Ich geh noch ein bisschen farmen vorher und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ciao. Ciao.